Yo! Moin Leute! Geniojo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Dairy Online mit dem lieben Glabarin Eisenbart. Hallo meine lieben Morbids, Menschen, Elben und Zwerge und Duno Splitterfell. Ja, es geht weiter hier im Eventim. Und, äh, ja wir müssen den Glasblitzern hier helfen. Der Nachtschatten ist ein wenig zerstört und eingenommen. Dezent. Mhm. Hier war doch immer noch ein Reitmeister, Steinmeister. Ah ja. Hier? Ja. Ja, da. Mal aufdecken. Und dann würden wir sagen... Here we go. Ja? War das überhaupt hier? Ja. Ja doch, die Willwisse kam ja als letztes, ne? Tut grad nur was. Ja, das war hier unten in dem Dörfchen. Okay. Oh, ich muss erst mal... Alles wieder einmachen, ne? Ja. Oh, da kommen so ein paar. Ich dachte wir laufen unten lang, darum habe ich einen unten angeschossen, dann kamen drei und dann habe ich gesehen, ach du machst hier oben. Okay, gut, dann machen wir hier oben weiter. Oh, ich habe hier aber nicht kommen sehen. Oh, ich habe hier aber nicht kommen sehen. Hier war gerade was da. Haben sie überhaupt hier? Verlorener Hund? Ja, Beutel mit Gläserei-Werkzeug. Da. Da. Wo? Der war hier. Ach! Weil das ist das einzigste, was wir hier aus Nachtschatten brauchen. Das andere ist da auch am Strand. Okay, cool. Und das andere, Willwisse und Spinnen ist in dem Wierwischslager. Willwisse und Spinnen? Die Aufgabe. Ach ja. Genau, untersucht den Kadaver der Spinnen. Ich glaube, die Räuber hier zählen noch zum Onland, ne? Ja, genau. Deswegen bekommen wir auch noch keine neue Tat. Wie unhöflich. Dürfte ich kurz über sprechen? Unhöflich, du sagst das. Sorgt dafür, dass Perlina Gamchis zu Hause sicher ist. Berger Nachtschatten. Tat verlieren. Pilger aus Evendim. Was haben wir denn geschafft? Wanderer von Evendim. Achso. Entschuld. Geht doch. Ich musste erstmal den Räuber prübeln. Ja, hab ich gemerkt. So, dann gucken wir doch mal, dass das sicher ist. Krass, dann haben wir Mitgefühl schon auf 4 und Unschuld bald auf 3. Alter Falter. Brauchen wir doch nicht mal die Unschuld und so. Ja, ne? Unnötige Tugend. Raufbolde auf Perlinas Grundbesitz entdeckt. Oh nein, echt? Oh nein. Oh nein. Ja, das war's schon. Läuft. Okay, dann sitz ich wieder auf. Läuft. Ja, wozu jetzt hier unnötig Räuber kloppen, wenn man die alle schon seit, keine Ahnung, Folgezähl haben will. Was hab ich denn hier bekommen? Schrift des Aufspürens. Mit der Schrift könnt ihr folgende Wesen in einem großen Bereich aufspüren. Kehrton, die Sekten, die sind unsichtbare Tote oder ist das Böse? Kann ich das oft anwenden, wie ich will oder was? Ja, das ist doch bestimmt wieder anwenden. Ist das so ne kleine graue Kiste? Nee, das ist so n Buch. Oha. Nee, das ist ja interessant. Hab ich grad noch nie anwenden. Hier gibt's schon wieder neue. Oh, hier gibt's nen Titel. Titel? Erfahrensdiener. Wie? Oh Leute, tatsächlich. Eine formelle Beschwerde holt die offizielle Beschwerde von Ronald Nachtting ab. Cool. Klingelt an der Tür und gebt den Brief an. Machen wir oder? Klar. Wieso an der Tür klingeln? Eintreten? Kannst du doch direkt durchrollen. Was sagt er nix mehr? Ja. Moment mal, ja. Ich hab abgenommen. Achso, du hast das auch auf deine Person übertragen. Ja. Ja, krass, wa? Krass. Fühl ich mich direkt angegriffen hier. Was ist jetzt? Ja, gut auf. Ach, und jetzt verzieht er sich. Na, das gibt's jetzt aber gar nicht. Ich find's gut, dass hier so viel Platz zwischen den Feinden ist, sodass man allen ausweichen kann. Ja, ne? Aber wir brauchen die ja eh noch nicht. Na, super. Jetzt zieh ich einen. Ach, ich auch. Hab's dir nicht gesehen. War etwas dunkel. Spricht mit ins Grün drauf. Oh, da waren wir die Markplatten hier. Na. Oh, ne Instanz. Cool. Komm mal rein. Der Versuch, eine formelle Beschwerde im Namen des Glasbläsers Hopp-Hügelbraue einzureichen, führte zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit den Männern des Hauptmanns. Es wird Zeit, die Raufbolde in ihre Schranken zu weisen. Ich bin dabei. Na, nicht schlecht. Kann ich mich gar nicht mit dran erinnern. Ich auch nicht. Guck mal, wie viele Feinden da vorne warten. Aha. Das sind Ratten. Loll. Nächste Tür gesperrt. Ach, hier leben ja auch noch welche. Oh, da. Haha. Hä? Oh. Oh. Guten Tag, der Hund. Wolfsrund. Oh, da hat sich festgebissen. Die Sau. Hm. Hallo? Worthis. Oh. Hö. Oh. Ach, der Hund. Oh. 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 ja so gestern leute wieder ab die feige sauer ein dringendes geschäft scharkus pläne haben wir zur dichte gemacht oder er oder scharku weiß auch der beschwerde wurde nachgekommen naja und wir wollen auch gleich wieder raus uja okay Alter, wie viel Schwerter gibt es denn hier? Ja, aber der sind schlechter. Wille, kritische Treffer, Moral, Kraft, Höchstwert. Naja, geht so, ne? Schlechter von den Werten her. Ja gut, ja, aber bei mir schon. Ich glaube, ich nehme die Stadt ab, bringt am meisten, oder bringen die alle gleich viel Geld. Na, da ist nur zwei hin dabei, der bringt am meisten Geld. Ja, die. So, neuer Titel. Genau. Fahrends, die nach Himmel, sei allen Menschen, Elben, Zwergen und Hobbits in der Folge als die freien Völker verzeichnet, kundgetan, dass Willi Tufin, der das vorgeschriebene Alter, das so ein angemessener Verstand aufweist und im Allland sesshaft ist, gemäß geltendem Recht und mit gemütendem Sorgfalt von ihr Inhaber des Rechtstitels einem gerichtlichen Verfügung zugestellt wurde. Kläger Hauptbügelbauer fordert angemessenen Schadensersatz in angebrachter Höhe sowie zum Strafzweck einer über den tatsächlichen Schaden hinausstehenden Entschädigung, sofern dies vom Gericht für angebracht gehalten wird. Hochachtungsvoll dargebracht von einem Diener des laufenden Verfahrens. Verfahrensdiener. Och, den nehm ich mal direkt. Ich glaub auch, ey. Weil der klingt irgendwie cool. Der klingt cool, das ist wirklich wahr. Oh, hier. Die erste 32er-Aufgabe. Menschen des Nordens. Sprecht mit einem Waldläufer. Am Koloss in Evendim. Boah, dann kriegen wir mal 25 Bronzemünzen. Stimmt, die Aluminas-Rüstung ist, glaub ich, die nächste Rüstung, das nächste Rüstungsset, was wir bekommen. Ja, das kann gut sein. Naja, aber da sind wir ja noch nicht am Koloss. Richtig, wir müssen erstmal hier die Kadaver und irgendwelche komischen Bleihunde suchen. Nein, Blauhund. Bleihund. Blauhund. Das Kahlblatt-Wappen. Aha. Machen wir denn so ein Kadaver von einer Spinne? Ah, hier unten. Sprecht mit dem Grün drauf, ne? Kadaver der Spinne wurde untersucht. Okay. Näh, weg hier, hier gibt's viel Grauen. Die Spinne hier trotzig schon gar nicht rein. Ja. Oh. Das muss man bestimmt rein und Bilbisse killen oder so. Wahrscheinlich. Was manche Leute sich rausnehmen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Oh, gar nicht. Der Ursprung der Bilbisse war. Waldnitzweber und Waldnitzjäger vernichten. Okay. Uch, das war falsch. Oh, wow. Was bist du denn? Loll. Ich mich gerade erschreckt. Loll. Ich drehe mich rum und da hüpft hier eine schwarze riesengroße Spinne. Alter. Aber was war das denn jetzt? Alter, ey. Oh, die führt uns zu hier. Können wir uns auch schon aufgeregt, die Richtung Strand machen und die Spinne noch mitnehmen? Ja. Können wir noch welche finden, heißt das? Nein, aber schon stimmt. Die Krabinärin mal. Sehr cool. Na. Das ist die Spinne. Was? Ja. Das ist ein Spinne. So, ich hasse sie. Oh, guck mal hier. Sand. Oh. Und meine Sandpucht. Hm. Ich wollte sie 15 Mal Sand gesammelt haben. Ihr seht ja den Himmel über die Wände. Und so ungefähr, so von dem Farbverlauf, so wie es jetzt hier aussieht. Dieses Grün und dieses überall, so wird das im ganzen Event im sein. Boah, ich find das total toll. Die Farbe grün, also diese grüne Farbe gefällt mir. Echt. Guck mal, wer da unten ist. Der Jäger. Der auch vorhin noch im Nordhüttinger Hoop war. Hier ist ein Salamander. Feuersalamander. Mach 2 Hits bei den Salamanderen. Ja, der ist ja wirklich Level 36. 36. Der ist schon sehr spät hier. Ja, bezeihe ich dir. Aber der benutzt wahrscheinlich keinen Stein oder so. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit weitergelevelt. Ja. Guck mal hier. No box. Die haben den Bleihund. Ah. Der Salamander bringt irgendwas? Gleich nur die Tat. Nur die Tat, genau. Die erste Tat. Nein, die zweite. Ja gut, die zweite, aber die erste Tötungstat. Bezwingertat man nicht. 1 von 90. Jawohl. Das heißt, wir brauchen 180. Ja. Aber da gibt es ja glücklicherweise die Insel. Ja, oh ja, da freue ich mich drauf. Die Insel ist ja sehr herzlichs Gute, weil die hat wirklich Spaß gemacht. Wegen dem Rätsel. Oh ja, stimmt. Und die Rätsel sind da ja auch. Guck mal, die sind schon schon über 33. Kein Hund. Ne. Na. Ich widerstand. Nein, mein Ernst. Nein, Gott. Oh. Ich habe den Hund. Du auch? Nein. Na, ich muss mal ein bisschen Sand einsammeln hier. So, noch zweimal Sand. Ich muss jetzt noch für dich den Hund noch holen. Ja. Mano. Mano. Ja. Mano. Leute, habt den Mund dabei. Nicht Gold. Nein. Wow. Einen. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Echt. Immer noch nicht. Aber noch nicht. Nein. Jetzt darf ich ihn. Endlich. Sehr gut. Aber nur noch Spinnen. Mhm. Und 82 Salamander. Für die erste Tat. Ich weiß gar nicht, hier oben war auf jeden Fall was zu entdecken. Ich weiß nicht, ob das zu tat. Ah, das war gar nicht hier, wo war das. Ah, da war noch einer. Da, wo der Weg hochgeht, meinst du? Oh, hier geht's ja ganz hoch. Weißscherben. Und, hast du da eine Tat für bekommen? Nee, dann war's, dass das, okay. Echt? Ja, aber hier geht's ja noch. Ja, da, nach der ganz oben kommen wir ja noch irgendwann. Von der anderen Seite geht's ja auch noch hoch. Okay. Dann reiht ich wieder runter. Brauch ich jetzt noch Spinnen. Wie steil der Berg hier hochgeht, ey. Ja, ne? Wollen wir schon miteinander nur zwei Aufgaben abgeben. Lohrner Hund. Suche nach dem verlorenen Blatt. Okay. Die Flammen und neue Aufgaben. Ein kleines Funkeln. Somit Essenzen. Ein Hauch von Blau sammelt angelaufene Flusssteine. Eine Nuance Grün sammelt Norbock-Panzer. Ein Hauch von Rot sammelt sandgeschliffene Schuppen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich Sanamander töten. Ja. Was hat der hier noch? Immer mehr Norbock. Bitte wartet eine Minute. Sand Norbock in Barandolf. Riesige Sand Norbock. Samen und Schuppen. Sammelt Salamander-Zähne. Jetzt geht es aber los mit den Aufgaben. Und das sind 32er Aufgaben. Das heißt, wir können den Stein rausnehmen. Ja, machen wir. Komm. Machen wir. Leveln. Noch mal Zeit. Wohin? Wo bist du? Da. Hast du sie mitbekommen? Nee. Ich bin noch nicht. Ja. Mach ich doch einmal weg. Warte. Mann. Mann. Ich stand mal um den Baumchen zu und witzigst du dir, ey. Gold. Hier steht überall Gold. echt ja da hinten steht noch mal gold bei den bülbissen da oben da aus dass ich jetzt stehen schlecht schwarzen haben wir alle brauchen wir nur noch die weis die gelben gut kommen können wir gleich auf dem rückweg genau zwei dumme ein gedanke ach guck mal jetzt sind hier licht diese oh nein sind nur noch 50 50 haben sie auch runter gesetzt die hätten wir sowieso töten müssen weil die gehen wir uns ja die essenzen und der kommt wieder nicht hinterher und widerstand zwei leben widerstanden nicht schlecht wird doch gar nicht wer weiß wie man das macht wenigstens gibt es ja alles auf einen haufen ist ich für eine kontrolle über einen minas wenn ihr die kontrolle über einen minas hat bekommen alle spielern die wände in einem bonus von 25 prozent auf rufpunkte das meinte ich ja letztens das ist ja das hast du vorgelesen ich sehe das zeichen jetzt gerade erst ich hab das aufgefallen das sieht aus wie so ein erfahrungsboost ja ich wollte gerade sagen soll ich sein ich habe nämlich gerade eingesetzt und dann dachte ich mir so herrst du auch ein ja genau eingesetzt und naja das macht sinn nein da will ich einbuddeln ah Mist das gibt gleich viel ep wenn wir die aufgaben abgeben ohja vielleicht winkt uns ja schon level 33 nein glaube ich das nicht aber ich auch nicht so zähne haben wir alle und ein hauch rot auch gut dann wollen wir eine panzer essenzen ein hauch blau die suche nach dem verlorenen papier verstanden man da sind noch die lamander die brauchen wir jetzt mal für die tat die sind dann erstmal egal richtig die können wir dann später noch machen ja wir brauchen auch riesen sandneuböcke riesen sandneuböcke oh ok ja die finden wir ja glaube ich mehr richtung mitte genau genau da gibt es ja so ein riesennest von den fliegen ja ok gut dann bin ich noch gut in erinnerung die wendem habe ich die nicht meistens ausgelassen ich verstehe nicht warum ich hasse ich wende du hast wahrscheinlich könnte ich es immer über angma sagen wollte ich gerade sagen mit marat gularan die umgebung da die ist so scheiße mit den ganzen hochrangigen mobster und dem ganzen leben boah wird noch was das ist richtig cool ne das ist nicht cool das ist nervig kam doom und uoga das ist das ist das sind nicht schlecht die habe ich mir in Baden alleine gemacht damals so wir brauchen noch riesige aber nuancen grünen brauchen wir auch noch und ein kleines funkeln die flüchten kommen wir überhaupt wahrscheinlich am fluss liegen die wahrscheinlich würde ich jetzt mal so ein hauch ein hauch blauer ach da unten im bildes lager achso wir müssen so oder so wieder zurück ich dachte jetzt am fluss auch gedacht so dann brauchen wir nur noch die riesen genau und äh papier nur box ja und das verlorende papier genau die müssten da oben sein bei diesen sandhügeln da ne genau das sind die baue äh wie auch immer da ist ein riesiger sand in der burg das kriegt mal anschließend ups noch ein so dann haben wir das hier fertig du nach dem verlorenen papier was ist denn auf sitzen und los geht's so Wo fehlen uns da noch Spinnen? Hier ist schon mal eine. Also ich hab die jetzt fertig. Du brauchst ja noch eine. Eine gelbe brauche ich noch, ja. Kann hier irgendwo sein. Nee, nee. Wo haben wir denn eine gelbe? Da! Du musst es auch haben, ne? Ja. Sehr gut. Genau, die haben die Flusssteine hier. Tatsächlich, lol. Das Papier muss ja auch hier oben sein. Ja, da musst du glaub ich hinten irgendwo liegen. Oder? Ähm... Ach, der Kopfnuss kann ich da einsetzen. Oh oh, leck. Komm, stirb. Auch. Wo liegt denn das Papier? Ah ne, das war ja bei den Rollbahnen. Bei den Rollbahnen, ja. Einer nur noch. Wo läuft das denn der Richtig? Jawohl. Ja, dann holen wir mal noch das Papier. Jawohl. Ich weiß nicht, das müsste hier einfach so rumliegen. Ach, hier ist grad einer. Ja. Der kickt hier gerade durch. Ach, schon wieder der Jäger. Hier liegt das Papier, ja. Ah. Wir haben jetzt Kopfnuss, Kopfnuss, Kopfnuss. Bam. Zack. Wird bereits verwendet. Ach nein. Nein, echt? Ja. Ich muss eben warten, bis es wieder da ist. Okay. Der Jäger wahrscheinlich auch, da wollte es nämlich auch aufsammeln. Dann mach das vor dem Jäger, bitte. Schaff es vor dem Jäger. Hab ich. Sehr gut. Tut mir leid, Jäger. Aber wir stehen im Dienst, die YouTubes. Der Ursprung der Wildeste. Das Rezept der Halbkobäude. Beschaffter Salam. Per brennt brudelnde Töpfe mit Wackeln. Suche nach dem verlorenen Wörtern. Fällig. Genau, das verpasste Treffen. Sprecht mit Ronald Nachtdings Freunden im Gasthaus, Adler und Kind. Zahn und Schuppe. Ah, jetzt noch jemand. Ein 105er Jäger. Dann noch rot. Noch blau. Seid gegrüßt. Wollen wir nur anzuhören. Dürfte ich kurz mit euch sprechen. Nutz die Glasschmiede. Nein, das Funkeln. Ach, Gläser sollen wir herstellen. Okay, gut. Nutz die Glasschmiede. Echt? Wir machen Gläser. Cool. Hehe. Hallo. Fertig. Sehr gut. So, machen wir erstmal das Rezept der Alpkobolde, oder? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Klar. Ja, weil für das andere müssten wir ja wieder zurück erstmal nach Michebingen. Ja, dafür können wir ja gleich die Marksteinfälligkeit verwenden. Genau. Und dann müssten wir dann per Schnellreise hinkommen wieder eigentlich. Ja, oder halt, äh, 5 Minuten halt. Haha. So, hier brennts. Nice one. Achja, wir brauchen ja Feuer dafür. Ich brenne. Jetzt bin ich nicht heiß genug. Warb's denn die Fackeln? Na, ich glaub hier oben, oder? Lagen die nicht an den Feuer? Ja, am Feuer liegen die drin. Ich hab eine. Machst du auch eine? Nö. Okay, warte, dann bleib da wo du bist. Oh, hier, genau, hier. Den zenden wir den an hier. Muss auch, glaub ich, anklicken. Ach, ne, das machst du für mich mit, danke. Ja, bitte. Ja. Hier neben den Feuern, neben diesen Lagerfeuern, die hier brennen da sind, die Fackeln daneben. Ja, ich seh's gerade. Der tötet hier alles. Der hat wahrscheinlich auch die Kobalti jetzt mitgetötet, den wir auch brauchen. Hier ist auch noch ne Fackel. Ich komm zu dir, hier war einfach ein Topf, ne? Hier kein Topf mehr. Die Topfe sind alle schon kaputt. Genau, dann vorne am Eingang, da war doch einer, oder? Ja, stimmt. Weißt du was, komm mal her. Gut, du brennst ein bisschen. Ähm, gut. Eine Fackel. So, Spruch. Ah, da war ne Fackel. Abseh. Und hier hinten ist der Topf, der letzte, oder? Hab da jeden einen gesehen. Ja, den hat ja gerade der Typ da kaputt gemacht. Ah, der tötet ja alles weg. Mein Gott, bitte gib uns noch einen Kobalt, ey. Warte, komm mal mit hier. Hinten stand doch noch einer, oder? Vorhin. Da ist ein Kobalt. Da ist der Topf. Ich hab das Kobalt-Dingsbums. Und hier ist der letzte Topf. Ohhhh. Und die Bomben. Zack, sehr gut. Kommen wir jetzt zurück. Genau. Ich find's witzig. Der, ich bin Bade. Er ist ein Jäger, hat trotzdem weniger Leben als ich. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? So, dann geht's jetzt nach Michel Binge. Dann lass uns mal kochen. Ähm, Michel Binge. Da. Bin ich mal gespannt. Ja. Einen Moment. Jo. Ihr habt eine Nachricht von Ronald. Das ist aber schade. Ich hatte gehofft, Ronald wäre mit seinem Diskurs über mein Buch der Platz eines Skylos fertig. Was für Snobs. Ja. Hä? Warum? Hä? Ah, jetzt. Okay, alles klar. Ja, nochmal müssen wir das jetzt nicht angucken. Okay. So, gucken wir mal. Stahlfe... Stahlmeister hab ich grad schon geguckt, aber da stand nur Tinunni drauf. Wenn nicht, musst du kurz nach Westbree und dann nach Hafergut, wenn das geht. Oder? Weiß ich gar nicht. Ging's hier von hier nicht auch aus nach Hafergut? Ich hab gerade gehofft. Das ist ja eine Hauptstadt hier. Ja, ja. Aber es geht nur nach Tinunni. Ah, scheiße. Langsamere? Guten Tag. Schnelle Reise. Ach so. Na gut, haben wir aber auch noch nicht entdeckt und ich hab keine Mitrimünzen mehr. Ja. Äh... Ja, gut. Dann müssen wir mal über Westbree war. Ja. Muss mal probieren. Ich depil mich in der Zeit schon mal zurück. Ich hab mir... Ich komm mich ja zurück ins Auenland und dann kann ich jetzt die Markstandfähigkeit verwenden. Weißt du? Was für eine Frechheit! Dieser Hobbit. So, Flaschen mit Brandwein gibt's hier. Und überragende Steak- und Nierenpasteten. Okay. Yay! Bleibe 33. Ihr seid. Danke. Erstmal Punkt vergeben. Äh... Den packen wir weiter rein. Hier rein. Durchdringende Balladen. Mehr kritische Chancen von Balladen. Ist gut. Ich grüße euch. Und bei Blau den Punkt auch direkt vergeben. Nachander durchdringender Schrei. Ne, wir wollen jetzt mal das machen. Ja, schade. Alles klar. Und? Tin und Deer oder feste Vorrat. Na, ich guck mal. Ich hab noch ein einfaches Horn, der zusammenkommt. Ich kann nicht rufen. Oh, geil. Dann mach mal. Sehr gut. Da bin ich. Hallo. 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 So. Okay. Wir haben eine Pfeife bekommen. Und Alkohol. Oh, geil. Na, ich verkauf den Alkohol. Brandwein, ey. Ich will doch keine Sau trinken. Oh, ein Vogel. Find ich Gude. Na ja, dann sollen wir mal. Ich bin genauso gut. Ja, war. Wann? So, dann geht's jetzt zum Koloss. Und da werden wir noch Holz und Cup machen. Krass. Ich weiß, wer da gekommen sind, ey. Ja, krass, ne? Übel. Wir lassen jetzt schon mega viel hinter uns. Echt krass, ja. Ja, drei Startergebiete. In unserem Lande und die Nordhöhen. Ja. Ja. Und Eventim dauert auch nicht lange. Eigentlich. Nee. Querfeld ein? Oder? Ja, ja, genau. Lohnt nicht über den Weg zu breiten. Er kennt man fast sowieso nicht. Er geht da vorne jetzt lang. Sowieso dann voll der Folgen Spoiler. Was ist Spoiler? Das ist ja dann der Folgen Spoiler. Wenn wir jetzt unten am Weg lang reiten würden, dann würdest du ja schon erkennen, wo wir überall hin müssen. Irgendwie schwer. Eventuell. Ja, gut. Findest du? Nö. Weiß er nicht. Weil Eventim sieht schon schön aus, ne? Berge, wo da überall Tannen und Bäume draufstehen. Wir und da haben auch Ruinen. Genau. Das ist übrigens die Eventim-Karte hier. Das ist übrigens die Eventim-Karte hier. Also es lohnt sich wirklich als Spieler. Oh, hier ist der Weg. Das ist so. Oh, da ist der Kolosch schon. Ja, geil doch. Ja, geil doch. Das ist das Schöne. Man sieht, selbst von den Nordhöhen aus sieht man den Kolosch schon. Oh, Gold. Bibi Pause. Und weiter geht's. Kriegen wir endlich wieder EP fürs Abbauen. Ja, ne? Findest du eigentlich Level Up? Nee. Mehr noch nicht. Mir fehlen noch ein paar. Und du warst ja sowieso immer ein bisschen schneller. Also knapp 6000 fehlen mir noch. Dann wird's die nächste Folge werden. Ruhig durch. So, willkommen im Kolossier. Kreuzung des Hohen Königs. Stolmeister entdecken. Und Aufgabe abgeben. Bekommen wir anorische Bronzenbinden. 25 Stück. Dann haben wir jetzt schon ein paar. Wir haben ja schon als Gastbelohnung von welchen bekommen. Genau. Ähm, Aufgaben nehmen wir hier gleich an. Ich binde mich hier nur schon mal kurz. Was benötigt hier? Was kann ich für euch tun? Guter Plan. Äh, dafür lassen wir dann die Glasbläse ein. Richtig. So. Und hier geht's dann beim nächsten Mal weiter, liebe Freunde. Wir kommen in der Wendy gut voran, muss man mal sagen. Wir hoffen euch hat, äh, dieser nächste Part gefallen. Wenn ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Biet, 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 biet. Kollegen, holt er rein. Tschau Leute. Euer Gendor. Von mir auch. Machts gut. Euer Steinchen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü müske. Untertitelung des ZDF, 2020